Immer diese Drängerei, trotz der wenigen Besucher, die Lokale sind halt klein. Ihr wisst nicht, wie oft es passiert, dass ich mich mit Bier anschütt oder mit Wein. Morgen weiß ich eh nichts mehr, morgen habe ich alles wieder vergessen. Immer diese lauten, unangenehmen Leute und sie reden viel zu viel. Ich frage mich, wie spät es ist, mehr frage ich mich nicht. Ihr wisst nicht, wie oft es passiert, dass ich irgendwas verliere, was mir wirklich wichtig ist. Ein Kapodaster zum Beispiel. Immer dieses lange Warten, ein Gefühl nicht auszuhalten, ohne eine, ohne zwei Packungen. Ein Jump Player Special Black. Ich wisst nicht, wie oft es passiert, dass man den Raphael Sass und mich darauf anspricht, ob es die Klara aus dem Lied, der Arsch, was wir vorher gespielt haben, wirklich gibt. Immer dieses diskutieren, immer dieses diskutieren, als hätte mich das jemals interessiert. Ihr wisst nicht, wie selten ich irgendetwas drunter finde, was mir wirklich wichtig ist. Was mir wirklich wichtig ist. Ich will hier bei dir sein, jetzt. Ein woanders gibt es nicht. Ich kenne jeden, der hier sitzt. Die üblichen Gestalten. Ich will hier bei dir sein, jetzt. 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 Musik 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 Musik